Seid gegrüßt. Gestern ging ja der Patch Live 151 und dort wurde noch einiges an der Arena geändert. Vor allem was die Belohnungen betrifft, also die ETH-Belohnung. Und deswegen habe ich auch noch mit meiner ETH-Tierliste gewartet auf den Patch, weil die Patch-Notes ja schon eine Weile bekannt sind und ich wollte das jetzt nochmal testen. Es war ja auch so, dass etwas verbuggt war sogar an der Arena. Und zwar der Höllenregen war verbuggt und hat die Höllenbüter ein bisschen verhindert, dass sie dann spawnen. Und deswegen wollte ich einfach nochmal warten und jetzt habe ich heute tagsüber rum experimentiert und habe dann am Ende meine ETH-Tierliste erstellt, die ich jetzt gleich zeigen werde. Wichtig ist erstmal, also das sind ja hier die höllischen Gaben, nennt man die. Und dort müsst ihr einmal verstehen, dass eben diese Events, die hier ausgelöst werden, die können sich auch gegenseitig behindern. Also es ist ja dieses Symbol, was ja immer rechts oben auf der Minimap erscheint. Und jetzt gerade, das ist ein Event, das hat immer dieses Symbol und leuchtet. Und ihr wollt natürlich dann die guten Events bekommen, aber wenn ihr zum Beispiel sowas nehmt, wie Aether-Lords können erscheinen oder Aether-Fürsten auf Deutsch, dann zählt das auch als Event. Und das ist dann schlecht, weil das ein schlechtes Event ist, es gibt nicht viel Aether. Und deswegen gibt es also sogar diese höllischen Gaben, die einem das Leben schwer machen und die sogar schädlich sind für den Run. Und die solltet ihr dann unbedingt verhindern. Das zeige ich gleich auch in der Tierliste. Und dann gibt es aber eben auch diese positiven Events. Und die besten aktuell sind die Höllenblüter nach wie vor. Sie sind immer noch auf Platz 1, aber es ist dicht gefolgt jetzt von den Aether-Scheusalen, also die Elite-Gegner. Die nennen in den höllischen Gaben, werden die immer als entweder Elite-Gegner oder Aether-Scheusal bezeichnet. Das ist dasselbe. Also es betrifft beides Elite-Gegner. Und die sind jetzt richtig krass. Und ich hatte gerade auch schon zwei Runs sogar mit über 1000 Aether, wo ich nur auf die Elite-Gegner gegangen bin. Und wichtig ist eben, dass ihr so ein bisschen dann einen groben Faden verfolgt. Und es ist am Ende des Tages natürlich trotzdem komplett zufällig, was hier rauskommt. Und ihr könnt natürlich dann nur eure Chancen optimieren. Und es gibt aber dann auch Runs, wo ihr einfach komplett Pech habt. So, dann gehen wir mal rein in die Tierliste. Die findet ihr dann auf vitablo.de. Ich verlinke die. Und hier stehen dann auch nochmal so, ich scrolle mal kurz weiter runter. Hier stehen auch nochmal die Infos drin, wie viele Wellen es gibt. Vor allem, was drin ist in den Truhen. Hier, ab wann ist Niedereisen drin? Ab wann sind stückische Steine drin? Wie viel Gold pro Aether gibt es? Das ist ganz wichtig, denn das steigt auch. Also wenn ich jetzt in der 8. Stufe 1000 Aether farme, dann sind das, eins rechnen, 150 Millionen Gold. Das ist natürlich sau viel. Deswegen ist auch aktuell das so, dass viele Items sehr viel Gold wert sind. Weil man einfach unendlich viel Gold farmen kann, wenn man einmal einen guten Bild hat. Und hier sind auch nochmal die neuen Uniques, die dort rauskommen können. Die können übrigens aus den 60er und aus den 20er Truhen rauskommen. Und wenn ihr ganz dringend stückische Steine wollt, die droppen dann wie Sand am Meer in der 8. Arena. In der 7. Arena sind das eher so 2 bis 3 Steine. Aber in der 8. Arena hatte ich jetzt sogar schon mehrmals über 10 Steine mit einem Run. Das heißt, ihr müsst dann nur ein paar Mal die 8. Arena machen. Habt so viele stückische Steine, dass es erstmal wieder ausreicht. Dann könnt ihr theoretisch wieder runtergehen auf die 7. So, und jetzt geht es aber um diese Tierlist. Und es ist immer noch so, auch nach meinen Tests heute, Wenn ihr einen guten Run mit Höllenblütern habt, ist das immer noch das Beste. Und dafür, die können nicht von alleine spawnen, dafür braucht ihr eben das Event Höllenblüter jagen euch. Erst dann könnt ihr überhaupt auftauchen. Und das zählt dann auch als Event. Und dann gibt es natürlich die zweite Belohnung. Die kann erst kommen, wenn ihr die erste hier genommen habt. Und zwar, dass wenn Höllenblüter kommen, immer direkt einer mehr kommt. Und trotzdem geben alle auch nochmal plus 1 Eta. Und das ist hier diese Kombination, die halt absolut krank ist. Vor allem, weil ihr diese hier, wenn ihr Glück habt, mehrmals nehmen könnt. Also die besten Runs, da hatte ich das dann sogar 3 Mal. Da sind dann wirklich immer, wie viele sind das dann? Ich glaube, 2 sind es standardmäßig. Und dann 3 Mal, das heißt immer direkt 5. Und dann haben die auch pro Höllenblüter, glaube ich, 5 oder so Eta gegeben. Und das ist natürlich krank. Also da bekommt ihr dann so einen riesigen Eta-Haufen. Aber das muss halt erst mal klappen. Und das war eben bisher die einzige gute Strategie. Und deswegen habe ich auch noch Höllenblüter plus 1 hier oben mit aufgenommen. Weil das hier alles einfach dazu gehört. Das ist ein Paket. Und das ist natürlich nach Prio sortiert. Also natürlich ist plus 1 Höllenblüter besser als einfach nur plus 1 Eta. Weil das ja hiermit auch drin ist. Ist ja logisch. Also wenn ihr hier die Auswahl habt. Und dann haben wir hier noch das mit dem, dass die Events schneller spawnen. Und da ist es so, ich persönlich muss das, also wenn es geht, einmal nehmen. Wenn ich dann aber das ein zweites Mal vorgeschlagen bekomme. Und aber sogar das hier noch zur Auswahl hätte oder so. Dann würde ich immer dann das hier lieber nehmen. Weil aus meiner Erfahrung das nicht mehr so viel ändert, wenn ich das ein zweites oder drittes Mal nehme. Weil dann sowieso schon alles voll mit Events ist. Aber einmal ist es extrem wichtig, meiner Erfahrung nach. Deswegen ist das auch bei sehr gut aufgezählt. Damit eben öfter dann die Höllenblüter auftauchen. Die ätherischen Massen und die Seelentürme, die kommen immer. Und die Elite-Monster, das sind die drei Standard-Events. Die kommen also immer. Die kann man dann aber natürlich noch auch modifizieren. Und jetzt ist es so, die Chance auf Elite-Gegner, dass die verdoppelt werden. Also Chance auf Elite-Gegner ist verdoppelt. Und die geben plus 2 Eta. Das ist inzwischen eine richtig, richtig gute Taktik auch. Mit der habe ich jetzt ja zweimal über 1000 Eta gefahren. Und ihr seht es links oben noch über meiner Kamera. Eta-Scheusale plus 12 Eta hatte ich da in dem Run. Ich habe also das hier einmal erwischt am Anfang. Und dann habe ich immer wieder das hier genommen. Und das hier. Und das sind dann Sachen, die sehr oft kommen. Weil es da eben zwei verschiedene gibt zur Auswahl. Und das ist eben auch richtig geil. Also das ist am Ende, wenn der Run gut läuft, kommt ihr da fast auf exakt dasselbe wie Höllenblüter. Aber Höllenblüter sind nochmal minimal besser. Trotzdem. Es ist jetzt so, dass es einfach zwei extrem starke Taktiken gibt. Und das ist super wichtig für die Arena, damit die nicht ganz so glücksabhängig ist. Und natürlich bei den, bei gut auch noch mit das Höllenfeuer, was jetzt gebufft wurde. Einmal wurde der Bug gefixt. Und statt ein bis drei Eta gibt das jetzt drei bis neun jede Welle. Und warum habe ich das nur bei gut? Weil das Höllenfeuer alleine immer noch nicht so richtig geil ist. Es ist auf jeden Fall toll, wenn man das hat. Aber so richtig gut wird das vor allem dann mit der zweiten Erweiterung. Und wenn man die dann eben auch wieder kombiniert mit den anderen Höllenblütererweiterungen. Aber das ist relativ unwahrscheinlich, dass man das hinbekommt. Denn man braucht jetzt zunächst einmal generell irgendwelche Höllenblütererweiterungen, damit die mehr Eta geben. Und dann braucht man hier die doppelte, die doppelte. Also das hier kann nur kommen, nachdem ihr das genommen habt. Also ihr müsst erst das bekommen und dann das. Und das ist halt relativ unwahrscheinlich. Deswegen würde ich jetzt nicht auf das hier gehen, auf den Höllenregen, wenn ihr noch irgendeine andere gute Option habt in dem Run gerade. Dann würde ich immer erstmal das andere nehmen. Und das hier würde ich dann nur nehmen, wenn eben nichts weiter da ist, was über der Belohnung steht. Wenn man das dann genommen hat, dann ist natürlich das hier schon sehr gut. Also man muss halt mal ein bisschen versuchen, dann auf die Taktik, auf die man gegangen ist, auf die muss man dann auch weiterhin gehen. Das heißt, wenn man beispielsweise ganz am Anfang schon Elite-Gegner-Chance verdoppelt hat und nochmal plus zwei Eta. Und dann bekomme ich in Welle sieben oder so die Auswahl, Höllenblüter jagen euch oder eben nochmal Elite-Gegner plus zwei. Dann gehe ich in Welle sieben, obwohl die Höllenblüter bei sehr gut stehen und das nur bei gut, dann gehe ich trotzdem weiter auf Elite-Gegner. Und das ist in dem Run, den wir hier links oben gerade auch hatten, da habe ich zwar auch die Höllenblüter getroffen am Anfang einmal, dass die mich jagen können, aber da ich dann sehr viel Elite-Gegner getroffen habe, bin ich dann immer weiter auf Elite-Gegner gegangen. Also man muss dann einfach weiter in die eine Richtung gehen. So, was meine ich hier mit neutral? Das sind eben Sachen, die würde ich nehmen, wenn nichts Gutes dabei ist. Die sind jetzt nicht wirklich gut, aber die sind trotzdem auch nicht schädlich. Die erhöhen am Ende euer Eta. Hier ist übrigens ein Fehler. Hier muss 15 stehen, das verbessere ich gleich. Und das ist also am Ende trotzdem positiv. Auch wenn das nur so wenig Eta ist für eine 7er oder 8er Arena, dass man es eigentlich kaum merkt. Trotzdem ist es immer noch positiv für einen Gesamtstand. Kann man also hier bei neutral mit reinpacken. Dass die Seelentürme plus 2 geben und Leben entziehen, gehört da auch noch mit dazu, weil die nun mal eh da sind, die Seelentürme und die Massen auch. Und der Höllenblüter-Buff, den habe ich mit reingenommen bei neutral, weil schon einige Builds extrem profitieren von dem Buff. Da gehen ja, da sind ja verschiedene Buffs. Ich habe einmal gesehen, dass meine Abbringzeiten runtergehen. Einmal hatte ich aber auch einen Attack-Speed-Buff. Also die Buffs lohnen sich dann natürlich trotzdem. Also könnt ihr das mitnehmen, wenn nichts Besseres da ist. Und dann kommen eben die Schlechten und die sehr Schlechten. Und bei den Schlechten ist es eben so, das sind Sachen, die euch einfach gar nichts an Eta bringen. Also zum Beispiel, dass die Seelentürme gegen nach innen ziehen. Das sind alles Sachen, die bringen kein Eta. Die sind zwar auch nicht schädlich, aber sie bringen kein Eta. Deswegen zählen die als schlecht, weil es dann eben ganz, ganz viele andere Optionen gibt, wie zumindest euer Eta erhöhen. Und dann gibt es noch die schlechten Sachen. Und das sind die, die für mich wirklich dem Run am Ende sogar schaden. Und durch die bekommst du am Ende weniger Eta, als wenn du sie nicht nimmst. Und das sind eben die Eta-Fürsten. Weil die einen Eventplatz wegnehmen, die überleben zu lang und die geben auch einfach viel zu wenig Eta. Selbst wenn du das ganz oft triffst, man kann es auch mehrmals treffen, die geben immer noch einfach zu wenig Eta für das, was sie machen. Also sie dauern einfach zu lang und nehmen eben gute Events weg. Deswegen beide Eta-Fürsten-Belohnungen hier. Genau, ich glaube, man kann die beiden nehmen und dann sind die halt bei plus sechs. Also man kann, glaube ich, nicht die eine mehrmals nehmen, aber wenn man beide nimmt, hat man plus sechs Eta. Und trotzdem ist es dann richtig schlecht. Und die Seelentürme habe ich mit drin, weil das gar keinen Spaß macht. Auch wenn die dann doppeltes Eta geben, ist es trotzdem richtig schädlich, weil du dann eben ewig lang bei diesen Türmen stehst und das Event nicht weggeht. Und das verhindert dann eben auch wieder, dass du Höllenblüter und Elite-Monster bekommst. Deswegen, es ist natürlich relativ simpel. Ich wollte es jetzt trotzdem hier nochmal reinballern und ihr könnt dann einfach die Liste auf dem zweiten Monitor aufhaben. Ihr braucht dann gar nicht mehr zu den jeweiligen höllischen Gaben hinlaufen, denn ich habe die Namen hier hingeschrieben. Ihr müsst euch also nur die Namen durchlesen. Die sieht man ja dauerhaft, ohne dass man mit der Maus da drüber gehen muss. Und dann könnt ihr einfach ganz entspannt immer nur hier ohne euren Kopf benutzen zu müssen, das hier nachmachen. Ihr müsst nur dann den Kopf benutzen, wie vorhin erwähnt, wenn ihr dann schon voll auf Elite-Gegner gegangen seid, dass ihr dann nicht in der zehnten Welle noch auf Höllenblüter-Jagen euch geht, sondern lieber noch mehr auf Elite-Gegner. Das ist das Einzige. So, und damit maximiert ihr euer Eta und dann könnt ihr richtig schön Gold farmen und Mats und wenn ihr braucht noch Legendäre und Uniques. Und damit melde ich mich ab. Macht's gut. Die Musik und denselberuens Die Musik Untertitelung des ZDF, 2020